Ich komme heim und schalte ein. Musik und Unterhaltung, das muss jetzt sein. Ein wenig Information darf gelegentlich auch noch rein. Hauptsache der Spaßfaktor bleibt nicht zu klein und zerhole ich mich von einem Arbeitstag. Gott sei Dank läuft ein Programm, das ich mag. So dürfte das Leben gerne öfter sein. Ohne Sorgen kommt Unterhaltung stets herein. Ich schau TV, das ist, was ich jetzt brauche. Ich schau TV, das mache ich natürlich gerne auch. Ich schau TV, das ist, was ich jetzt brauche. Ich schau TV, ich schau TV, ich schau TV. Lange schon war es vorgemerkt, denn ich habe einen echten Hit bemerkt. Schon lange habe ich mich drauf gefreut und hingefiebert auf das, was jetzt läuft. Ist die Show vorbei, freue ich mich schon auf das nächste Mal. Das ist so, doch erst genieße ich diesen Fall. Ein prall gefülltes Programm mit Leckerbissen, die mir gefallen. Ein schwerer Fall würde ich es mir mal entgehen lassen. Ich schau TV, das ist, was ich jetzt brauche. Ich schau TV, das mache ich natürlich gerne auch. Ich schau TV, das ist, was ich jetzt brauche. Ich schau TV, ich schau TV, ich schau TV. Schwer ist es, in der Lust zu kommen, dem Unterhaltensprogramm zu entkommen. Hat man sich das einmal hingesetzt, bleibt man da, das ist geschickt. Doch zu lange ist das Leben dann vorbei. Einmal im Leben geht alles doch vorbei. Also aus die Kiste und wieder da fürs nächste Mal. Jetzt erstmal ab und nach draußen. Da war dir sicher auch noch was. Ich schau TV, das ist, was ich jetzt brauche. Ich schau TV, das mache ich natürlich gerne auch. Ich schau TV, das ist, was ich jetzt brauche. Ich schau TV, ich schau TV, ich schau TV. Ich schau TV, 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 ich